hallo freunde heute grüßen wir den nils warm-up für heute alternieren des tabata jumping jacks 20 sekunden 10 sekunden pause und push up bottom hold 20 sekunden untere legeschützposition halten wenn es für euch für den warm-up zu fordern ist legt einfach die brust auf dem boden ab und schiebt so weit gegen den boden dass es eben noch offen bei dem warm-up bleibt zur not auch eventuell auf einer kiste das ganze machen acht intervalle dann seid ihr mit dem warm-up fertig dann macht ihr heute vor quality drei bis fünf runden je nach fähigkeit zehn dynamische tabletop oben schulter hüfte knie auf einer höhe unten hintern leicht über boden und oben streckt die hüfte wieder ganz durch wenn ihr mit den händen nicht so stehen können wie es der mako gerade macht dann dreht die einmal nach hinten dann fällt es euch vielleicht leichter 20 sekunden tuck hold ist die nächste übung unterrücken und boden rippe rein knie zusammen fußspitze auf spannung hände auf spannung und schulter weg vom boden dann 20 sekunden superman hold das heißt ihr dreht euch um macht euch lang schiebt den bauch in den boden rein haltet auch wieder beine auf spannung blick ist neutral nach unten haltet das für 20 sekunden und dann macht ihr 20 sekunden nach unten schauen im hund holt euch nach vorne schiebt die schulter schön weg vom ohr schiebt die brust raus genau wenn ihr das habt geht es wieder von vollem aus wie gesagt drei bis fünf runden je nach fähigkeit viel spaß